Ferdinand I. Karl Leopold Josef Franz Marcellin, genannt der Gütige, tschechisch. Ferdinand Dobro-Tivy war von 1835 bis 1848 Kaiser von Österreich und König von Böhmen und als Ferdinand V. Seit 1830 auch König von Ungarn und Kroatien. Er war der zweite der vier österreichischen Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothringen. Leben, Jugend Ferdinand I. Erste, ältester Sohn des römisch-deutschen Kaisers Franz II., und von Maria Theresia, Prinzessin beider Sizilien und somit seit 1804 Kronprinz des Kaisertums Österreich, wurde am 19. April 1793 in Wien geboren. Der überglückliche Vater zeigte die Geburt in persönlichen Handschreiben einigen der im Ausland lebenden Verwandten an und sprach darin von einer glücklich geschehenen Entbindung. Was der Wahrheit entsprach, aber auch einem gesunden Prinzen, was unrichtig war. Das schwache Baby hatte einen viel zu großen Kopf und konnte nur mit großer Mühe des Pflegepersonals und der Hilfe von Ärzten am Leben erhalten werden. Entwickelte sich auch nicht altersgemäß. Ferdinand litt an Epilepsie, Rachitis und Hydrocephalus. Ferdinand lernte sehr spät zu gehen und zu sprechen, sein ganzes Benehmen und Verhalten gaben Anlass zu großer Sorge. So blieb er auch entgegen den üblichen Gepflogenheiten des Wiener Hofes bis zum 9. Lebensjahr in weiblicher Obhut und kam nicht bereits mit. Sechs Jahren unter die Obhut eines männlichen Erziehers. Von früher Jugend an von sehr schwächlicher Konstitution erhielt er eine seiner künftigen Bestimmung wenig entsprechende Erziehung. Seine Lieblingsstudien waren heretische und technologische, außerdem zog ihn die Landwirtschaft an. Im April 1802 wurde seine Erziehung von Franz Maria von Stefanie Ocano übernommen. Dieser behandelte das Kind mit viel Verständnis und brachte es in seiner Entwicklung ein gehöriges Stück weiter. Maria Theresia, die Mutter, hielt allerdings nicht viel von ihm und sie sorgte auch für seine Entlassung. Sie starb 1807 als Ferdinand 14 Jahre alt war. Die erste Maßnahme seiner Stiefmutter Maria Ludovica war die Entlassung einiger Lehrer, die ihrer Meinung nach untauglich waren, und sich um einen geeigneten Erzieher für ihn zu kümmern. Sie fand für den inzwischen 15-jährigen Ferdinand den Freiherrn Josef von Erberg. Der schwer erziehbare Kronprinz war bis dahin immer von der Öffentlichkeit abgeschirmt worden, hatte Launen, bekam Tubsuchtsanfälle, wenn es nicht nach seinem Willen ging. Der neue Erzieher erzog den Erzherzog zur Selbstständigkeit. Ferdinand lernte nun schreiben und lesen, bekam Reit-, Tanz-, Fecht- und Klavierunterricht. Seine zeichnerische Begabung wurde gefördert und mit Billigung der Kaiserin erlernte er die Gärtnerei. 1814 zeigten sich jedoch bei Erberg Anzeichen einer Beginnenden Schizophrenie, er wurde aus dem Dienst entlassen und Kaiserin Maria Ludovica, erklärte die Erziehung Ferdinands für abgeschlossen. Jedoch erhielt er nun Unterricht im Militärwesen, in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern, Krönung in Ungarn und Heirat. Erst seit 1829, als er 36 Jahre alt war, nahm er an Sitzungen des Staatsrates teil und wurde vom Vater mit der Unterschrift und Erledigung von Angelegenheiten der Staatsverwaltung beauftragt. Seine am 28. September 1830 auf Wunsch Franz I. vollzogene Krönung zum König von Ungarn in Pressburg gab ihm keine größere Selbstständigkeit. War doch im Auftrag seines Vaters Staatskanzler Metternich der eigentliche Entscheidungsträger in den meisten Bereichen der Politik der Monarchie, dass Ferdinand wie in solchen Fällen üblich von den ungarischen Ständen überreichte Ehrengeschenk von 50.000 Dukaten widmete er, wohl auf Vorschlag Metternichs zur Unterstützung verarmter ungarischer Gemeinden und zur Dotierung der in Pest zu errichtenden Akademie. 1831 wurde Kronprinz Ferdinand auf Anraten von Metternich durch Prokurat Thion mit Maria Anna, Tochter der Erzherzogin Maria Theresia von Österreich Este und des Königs Victor Emanuele von Sardinien-Primont, seiner Cousine III. Grades verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Das Krönungsgeschenk der Stadt Wien und andere Zuwendungen zur Hochzeit widmete der Kronprinz zum Bau der Kaiser Ferdinands Wasserleitung in Wien. Der pensionierte Hauptmann Franz Reindl, dem er eine verlangte Summe Geldes verweigerte, verübte am 9. August 1832 in Baden bei Wien, wo Franz I. gern den Sommer verbrachte, ein Pistolenattentat auf den Kronprinzen. Ferdinand überstand die Attacke leicht verletzt. Kaiser von Österreich nach dem Tod seines Vaters Franz I. am 2. März 1835 folgte Ferdinand ihm auf dem Kaiserthron nach. Einer Krönung oder anderer Zeremonien bedurfte es dazu nicht. Der Kaiser herrschte damals autokratisch, ohne Beteiligung eines Parlaments. Wegen seiner offensichtlichen Führungsschwäche bekam Ferdinand I. den euphemistischen Beinamen der Gütige. Der Volksmund Verboll hornte diesen Titel auch in, Gütenand der Fertige, sein Vater hatte gemeinsam mit Metternich vorgesorgt. Aufgrund der Unfähigkeit Ferdinands selbst zu herrschen, wurde eine Kabinettsregierung eingerichtet, die geheime Staatskonferenz. Diese bestand aus drei Personen. Seinem Bruder Erzherzog Franz Karl, dem Staatskanzler Metternich und dem für die Innenpolitik zuständigen Staatsminister Franz Anton Graf von Koloret Liebsteinski. Diese Zusammensetzung kam durch einen Kompromiss zwischen der Partei der Erzherzöge und der Minister im Dezember 1835 zustande. Auch in heutigen geschichtswissenschaftlichen Arbeiten wird Ferdinand I. gelegentlich noch als geistesschwach beschrieben. In heutiges Denken übertragen wird wohl eher von politischer Entscheidungsschwäche zu sprechen sein. In seiner Funktion als Monarch sei er weitgehend handlungsunfähig gewesen. Andererseits sprach Ferdinand I., jedoch fünf Sprachen, beherrschte zwei Musikinstrumente, konnte sehr gut zeichnen, außerdem reiten, fechten und schießen und stand den Wissenschaften, den neuen technischen Erkenntnissen seiner Zeit und den Fortschritten in der Landwirtschaft aufgeschlossen gegenüber. Am 12. September 1835 erließ Ferdinand I. das erste Baugesetz der Monarchie. Darin wurden unter anderem erstmals Höhen und Breiten für Türen und Fenster festgeschrieben. Am 7. September 1836 empfing er in Prag die Krone von Böhmen. Es war dies das letzte Mal, dass ein Herrscher mit der Wenzelskrone gekrönt wurde, wobei er das übliche Krönungsgeschenk der Reichsstände von 50.000 Dukaten ebenfalls wohltätigen und sonstigen öffentlichen Zwecken widmete. Ferdinand war der letzte gekrönte König von Böhmen, seine Nachfolger Franz Josef I. und Karl I. ließen sich wohl in Budapest, nicht aber in Prag krönen. Der Kaiser befahl am 21. Januar 1837 für alle am Augsburger Bekenntnis festhaltenden Zillertaler die Emigration. 427 seiner Untertanen mussten die Heimat verlassen. Am Tag seiner Krönung zum König von Lombardo-Venetin, ebenfalls ein Formalakt und ebenfalls das letzte Mal, dass ein Herrscher mit der eisernen Langobardenkrone gekrönt wurde, erteilte er eine allgemeine Amnestie für alle bisher vorgefallenen politischen Vergehen seiner Untertanen in den italienischen Provinzen. Ebenfalls 1838 schenkte er der Akademie der Bildenden Künste Wien 88 Gemälde. 1839 erließ er nach Beratungen im Familienkreis das Familienstatut des allerhöchsten Erzhauses, das Rangeinkommen, Heiratsregeln und andere Bestimmungen für die Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen festlegte. In die Regierungszeit Ferdinand-Zieh, fiel in 1837 die Eröffnung der ersten Dampf-Eisenbahn Österreichs, der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, gefolgt von der ersten Welle eines von privaten Betreibern getragenen Eisenbahn-Baubooms, der Beginn der Industrialisierung des Landes. 1846 der Aufstand in der Republik Krakau, der zur Annexion Krakaus durch Österreich führte, und 1847 die Gründung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Juli-Revolution von 1830 in Frankreich nahm zum Teil vorweg, was in Österreich bei der Revolution 1848-49. geschah. Das metternichische System sorgte aber mit Zensur, Überwachung und Geheimpolizei dafür, dass öffentlich nicht über Politik diskutiert werden konnte. Das Biedermeier-Publikum hatte sich mit harmloser Unterhaltung zu begnügen. Revolution und Regierungsübergabe Die Unruhen der März-Revolution 1848 veranlassten Metternich, am 13. März 1848 zurückzutreten und das Land zu verlassen. Am 15. März hob Ferdinand I. nunmehr beraten von Kolorrit, den er zum ersten Ministerpräsidenten Österreichs überhaupt machte, die Zensur auf und setzte am 25. April mit der Pillersdorffschen Verfassung. Weitere Schritte der Liberalisierung, die den Revolutionären aber nicht genügten. Vertreter der Nationalgarden, der Arbeiter und der Studenten Wiens übergaben am 15. Mai in der Wiener Hofburg, zu der sie sich Zutritt verschafft hatten. Die Sturm-Petition mit wesentlich weitergehenden Forderungen, Ferdinand und sein Hof zogen es daher am 17. Mai vor, in die Innsbrucker Hofburg zu übersiedeln. Zwar kehrte der Kaiser Mitte August 1848 in die Hauptstadt zurück, begab sich aber nach dem Ausbruch des Oktoberaufstandes nach Ulmütz. Das Regieren war längst ein Reagieren auf Forderungen aus dem Volk geworden. Im Laufe des Jahres verbrauchte der ratlose Kaiser nicht weniger als sechs Ministerpräsidenten. In Beratungen mit den engsten Familienmitgliedern wurde dem kinderlosen Kaiser daher empfohlen, die Regierung abzugeben. Die Familie sprach sich gegen Ferdinands Bruder Franz Karl, dem der Thron gemäß den Hausgesetzen rechtmäßig zugestanden hätte, als Nachfolger aus. Speziell Franz Karls Gartin, Erzherzogin Sophie, empfahl einen Generationswechsel zu beider Sohn Franz Josef dem Neffen Ferdinands. Franz Karl verzichtete daher auf die Thronfolge. Ferdinand stimmte zu und legte im Palais des Holmützer Erzbischofs am 2. Dezember 1848 die Regierung zugunsten Franz Josef Schnieder. Einem Zeugen zufolge hat Ferdinand dabei zu seinem Neffen Franz Josef gesagt, Gott segne dich, sei brav, es ist gern geschehen. Kaiser im Ruhestand nach der Regierungsübergabe. Sie wurde nicht als Abdankung bezeichnet und Ferdinand führte den Kaisertitel bis zum Tod, lebte. Ferdinand zurückgezogen in Meeren und auf dem Ratschin, der königlichen Burg in Prag. Mit 55 Jahren entwickelte er ein bis dahin nicht gekanntes Talent und übernahm selbst die Verwaltung der vom Herzog von Reichstadt erbten, böhmischen Güter, deren Erträge er durch sehr geschickte Verwaltung steigern konnte. Ferdinands persönliches Vermögen bildete nach seinem Tod den Grundstock für das Vermögen Kaiser Franz Josef Schter Erste. Am 29. Juni 1875 starb Ferdinand I. In Prag Kaiserin Witwe Anna starb am 4. Mai 1884. Beide wurden, wie viele andere Habsburger, in der Kapuzinergruft in Wien beigesetzt. Das Herz Ferdinands wurde getrennt bestattet und befindet sich in der Herzgroft der Habsburger in der Loreto-Kapelle der Wiener Augustiner Kirche. Titel Ferdinands großer Titel existierte zunächst nur in lateinischer Sprache und lautete, im kaiserlichen österreichischen Familienstatut vom 3. Februar 1839 lautete die deutsche Version, Sein Wahlspruch war, Rektatüri, das Recht schützen, Familie, Abstammung. Ferdinand I. hatte nicht 8 Urgroßelternteile, sondern nur 4. Sein Vater und seine Mutter stammten von den gleichen Großeltern, den zwei Herrscherpaaren Franz I. und Maria Theresia sowie Karl III. und Maria Amalia. Ferdinands Krankheiten sind vermutlich darauf zurückzuführen. Nach kommen die Ehe mit Maria Anna, Prinzessin von Savoyen, Tochter von Victor Emmanuel I. und Maria Theresia von Österreich. Este blieb kinderlos. Zugeschriebene Aussprüche Kaiser Ferdinand wurde in der Volkslegende allmählich zu einer Klischeefigur, dem allerlei Aussprüche in den Mund gelegt wurden. Keiner dieser Aussprüche ist ernsthaft verbirgt. Bei einer offiziellen Mahlzeit, bei der ihm das Essen nicht zusagte, soll er erklärt haben. Ich bin der Kaiser und ich will Knödel. Ein kaiserlicher Leibjäger hatte einen Kaiserradler geschossen und die Trophäe dann dem Kaiser geschenkt. Ferdinand soll darauf gesagt haben. Wie kann denn der Saar-Kaiserradler sein? Der hat doch nur einen Kopf. Anführungszeichen Punkt. Bei Ausbruch der Märzrevolution soll sich folgende Szene zugetragen haben. Die zum berühmtesten ihm zugeschriebenen und heute noch oft verwendeten Zitat geführt hat. Ferdinand betrachtet mit Kanzler Metternich von einem Fenster der Hofburg aus eine große aufgebrachte Menge. Er fragt Metternich in Nahsalem Schönbrunner Deutsch, was machen denn all die vielen Leute da? Die sind so laut. Dieser antwortet. Die machen eine Revolution, Majestät. Ferdinand drauf erstaunt und konsterniert. Ja, dürfen es denn des? Nach seinem Rücktritt wurde ihm bei jedem der zahlreichen Missgeschicke Franz Josefsch von der Legende der Satz in den Mund gelegt. Das hätte ich auch noch tscham gebracht. Namensgebung 1823 wurde das Tirolische Nationalmuseum als Verein gegründet. Kronprinz Ferdinand übernahm das Protektorat und stimmte der Verwendung seines Namens zu. Das Tiroler Landesmuseum heißt bis heute Ferdinanteum. Die 1837 in ihrem ersten Teilstück eröffnete Kaiser Ferdinand Nordbahn besteht als Nordbahn von Wien Richtung Brünn nach wie vor. Sie ist die wichtigste Bahnverbindung zwischen Österreich und Tschechien. 1840 wurde in der Leopoldstadt seit 1850 zwei Wiener Gemeindebezirk eine Straße nahe der Ferdinandsbrücke über den Donaukanal Ferdinandstraße benannt und heißt bis heute so. Die um 1820 über den Donaukanal in Wien gebaute Ferdinandsbrücke bzw. ihr Nachfolgebauwerk heißt seit 1920 Schwedenbrücke. Der anschließende 1897 benannte Kaiser Ferdinandsplatz im 1. Bezirk heißt seit 1920 Schwedenplatz. Vier Ferdinandgassen in den Wiener Bezirken 12, 15, 19 und 23 tragen heute andere Namen. Die 1841 bis 1844 errichtete Kaiser Ferdinand-Infanterie-Kaserne am Heumarkt im dritte Wiener Bezirk besteht seit 1910 nicht mehr. Die 1841 bis 1837 bis 1819 über den Donaukanal Ferdinand-Infan bin, die hier in den Wiener Bezirkung definiert wird. Diener Bezirkung im Dritte Wiener Bezirkung im Dritte Wiener Bezirkung im Dienersatz.